Jan sorgt weiter für die Floaty Präsenz in unseren Jedos. Hatten wir heute überhaupt schon mal ein Match mit Fastballing Street? Wahrscheinlich Konate gegen Elfusio und das war's, oder? Wo sind die Gap? 13.72 Wonka man nicht? Ja, genau, ich finde das hier nicht. Ich bin mal ein paar L transmitted. Ich komme zuerst. Viele sind vorbei. Aus dem Kaffee, du bist so in Kaffee. Also ein Kaffee, du bist so... Und der 69 Rest. 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 Und der 69 Rest.